So, ja, ähm, so ein bisschen entspannend klingen. Und damit herzlich willkommen zu Minecraft Hexet! Und, ähm, ja, wie man vielleicht noch sieht, sind wir noch im Creative. Ja, wie im vorherigen Part, also wie wir den vorherigen Part beendet haben. Und, äh, ja, kein Bock mehr aufs Leben. Ah, zu Hause, ach, wie schön! Yeah, yeah, nice! So, äh, zack, 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 wir haben Electric Essence und, äh, ich hab Husten. Äh, ist auch immer geil. So, die Erde können wir mal kurz mitnehmen. Und, äh, ja, falls euch jetzt wundert, was ist denn mit dir los? Womitzen dürfen wir einmal dein, dein, womitzen dürfen wir einmal dein Ender-Giant-Sword? Tja, ist halt so, ne? Ja, und jetzt würde ich sagen, äh, gehen wir doch mal, ach so, unser Chocobo ist da hinten irgendwie wieder, aber den lassen wir mal. Ähm, ich kann leider keine höhere Textur machen vom Texture-Pack. Wäre mal nett, wenn mir einer unter die Kommentare schreiben würde, wie das geht. Wie man das irgendwie höher machen kann. Weil ich verstehe das nicht ganz genau. So, heute wollen wir nochmal in das rote Gebiet. Und ich muss fett husten, hör! Äh, äh, einen Schluck trinken und dann ist die Sache auch wieder gegessen. Äh. So. Wir wollen auf jeden Fall hier zum... ...roten Gebiet. Oder auch hier, weil es dort was... ...schönes gibt. Was guckst du mich jetzt so an? Du kleiner Schlänger. Okay, gut. Ähm, wir gehen zum roten Gebiet. Äh, ich muss mich kurz dahin drehen, dann weiß ich jetzt, äh, auch wo in etwa das ist. Ja, okay, wir gehen einfach mal hier, Jolo, haupt drauf zu. Aua! Äh, 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 äh. Äh, 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 äh Mann, was für ein tolles Thema. Yay. Hurra. Nee. Äh. Bin ich ja gestorben? Ja. Ja, ähm, Star Wars ist ja an sich ein sehr geiler Film und, äh, ich finde die Trilogie einfach richtig geil, ja. Okay, gut, das, äh, lassen wir mal lieber, nachher krieg ich wieder Kommentare mit... Hey, was soll das? Hä? Hey, was soll das? Warum hast du... Ach, pfff. Warum, hä? Was soll das? Äh, äh, äh... What the fuck? Hey, du fettes Haar. Ha, ha. Äh, 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 den Elden schlagen, wie er wieder wollte, nicht gesehen. So. Also auf jeden Fall ist es an sich eine sehr geile Reihe. Hallo. Ich glaube, mit Dingen würde ich heute verarschen, ja. Und, ähm... Äh, 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 äh... Hallo, äh, äh, mein Minecraft-Charakter kann kein Block mehr hochspringen. Boah, ich, äh, war eigentlich gesund. Und jetzt immer, äh, hört man vielleicht, dann, 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 dann muss man immer so raus, dann so. machen, so dann löst sich das Ganze wieder und sammelt sich wieder. Und da ist wieder What the fuck, say? Oder von Alexibexi Wie geht ne Endcard? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich lege hier voll rum. Oh nein, das ist aber gar nicht gut. Ich kann nicht singen. Ha 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 ha. Mensch, bin ich heute wieder gut drum, du Sahel? Ha ha ha. So. Ich kann aber heute auch gerne ein bisschen so ja, ähm so ein bisschen entspannend klingen und so dass ihr euch zurückziehen könnt in euer Zimmer und ähm dann kann ich euch so ein bisschen ja, durch meine Welt führen, sag ich mal und ähm ich weiß so nicht vielleicht kennt ihr das ja wenn ihr so ein bisschen rumgeht, na dann kennt man das ja mit Sicherheit dass man so ja so ein bisschen depressiv ist, nicht? und ähm ja das ist manchmal ganz okay ja ihr müsst eure Depression manchmal freien Lauf lassen äh beispielsweise bei sowas da würde ich manchmal gerne richtig reinschlagen es macht einfach sehr traurig und auch da wiederum macht es wieder sehr traurig und da ähm vielleicht kann ich mal kurz ein paar Screenshots machen für unser Thumb-Mail und ähm ja, dann muss ich jetzt mal gucken da die Gürteltiere da hat mir nämlich mein Schulkamerad wieder einen sehr sehr super Thumb-Tipp gegeben diese Viecher hier ja die äh genau die geben sowas hier und äh ich Idiot ähm habt es ja erstmal gedacht was ist das für ein Scheiß und ähm ja jetzt gehen wir einfach mal in den Ice Dungeon und ähm dann haben wir ein bisschen mehr Spaß wisst ihr so gehen wir mal hier rein und scheinen sind hier keine Monster an das kann manchmal passieren äh nee sind doch Monster an oh oh eine Spinne die hat mich jetzt sehr oh oh noch mehr Spinnen äh die sind sehr sehr böse und ähm da könnte man manchmal sehr sehr depri werden nicht also ich kenne das ja von oh da sind Pfeile drin ne ich kenne das manchmal auch von mir aus dass ich dann manchmal ziemlich depressiv werde und BÄM dann oh jetzt hat sie mich angegriffen äh 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 das tut so gut äh okay gut das äh lassen wir mal lieber äh und äh und äh dann ist man manchmal halt ein bisschen depressiv nicht und äh ja das passiert manchmal und das ist manchmal auch ein sehr gutes Recht so depressiv zu sein nicht so ich zieh mich mal kurz hier ran oh jetzt hat sie mich wieder getroffen die kleine süße Spinni nicht wahr da fressen wir mal kurz einen schnellen Goldapfel und dann noch einen schon und sind wir eigentlich hier auch ganz gut unterwegs nicht wahr meine lieben Freunde ich rede jetzt so ein bisschen ja so emotionslos kann man es ja nicht nennen wer war das denn jetzt äh hallo hallo immer mit der Ruhe ja ja ist ja gut immer mit der Ruhe ja hallo es kommt jeder mal dran es kommt jeder mal dran es kommt jeder mal dran hier so abbauen oh die hat ne ja mehr oder weniger Eisen alter alter ihr geht manchmal einen auf den Sack ne wisst ihr das ähm haben wir hier irgendwas oh ja die Äpfel die sind sehr sehr wäschig ähm oh oh man das tut weh äh ähm ambo aus ähm ähm dann kann ich damit ein ins Becken stu sorry so ähm zack und zack und zack und zack und zack und zack so dann kann ich das Ganze eben nicht schön mitnehmen ähm in die 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 ja voll so die alle Pfannkuchen Schlampe ne Pfannkuchen sind übrigens sehr lecker Alter ey äh 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 hallo 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 ey die fass ich ja nicht hier war schon mal denn hier Diamant äh ne das ist nur effizient ja so tschack alle tot hier bäm und wieder diese kleinen Giftspinnen ne bäm 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 und bin ich noch mal so langsam ach man die Kleinsüßen haben Spinnennetzchen gemacht die haben ein bisschen was verloren he he äh Alter du scheißen Dreck du Sau äh äh n ich würde mich ergeben n n ja wohl so Achtung 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 A juhu he ich bin Spiderman n den Spiderman ja los schieß juhu Spiderman 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 alter Heide darf doch jetzt hier nicht wahr sein Spiderman ok ok ich greife zur harten Methode ok nein lasst mich in Ruhe alter so happi happ so und rauf geht's ja was jetzt was jetzt ja was jetzt was jetzt ja ja so äh wir wollten eigentlich über Stowers reden und reden jetzt über was ganz anderes ja ähm Star Wars ist ja an sich schon eine sehr sehr geile Trilogie und ähm oh hi neiiiiiii neiiiiiii ne ach man ne ja also Star Wars ist ja schon an sich eine sehr sehr geile Trilogie und ähm scheiße jetzt wollte ich eigentlich gerade in den Dungeon ja das ist jetzt aber ein bisschen Pech was ja gut dann äh würde ich mal sagen suchen wir uns mal hier einen Platz wo wir unser Haus bauen können hm pfff gefunden ja ähm also wo wir unser Haus sozusagen erweitern können also Star Wars an sich ist ja schon eine sehr sehr geile Trilogie und äh ich guck diesen Film eigentlich immer sehr sehr gerne und äh auch diese ganzen äh Nachfolger die dann kamen so Star Wars so Clone Wars oder ähm so ein Mistchen Sekunde mal aha hehehe ich hab was herausgefunden beziehungsweise mein Klassenkamerad wieder der hat mir was erzählt und zwar Sekunde bitte das möchte ich jetzt Gysal äh ja hier vorn und hier vorn und dann brauche ich nochmal einen Ssss ein Saado ein Saado ein Saado oh jetzt hab ich gewusst Scheiße nein oh alter das ist so ekelhaft ne so aha aha die können fliegen höhe kompeten jaha jaja jaja komm den Schoko behalten wir juhu warte mal fliegen wir hier aufs Haus äh Landeplatz juhu Landeplatz juhu den behalten wir jetzt komm äh ist äh kein Cheaten ne finde ich ist kein Cheaten weil wir hatten ja sowieso einen und äh ja auch wenn jetzt hier ein paar Dislex wiederkommen und so ein paar Hater so mit hey kann sie vollkommen jetzt cheat man ne ne mach ich nicht so stay hier bitte geil cool ja äh rename nennen wir den äh Mr. Yellow Mr. Puffel Puffel Mr. Puffel ja wie gesagt Puffel ja äh Fresse hier kriegst du ein paar Gesäu und dann kann sich verpissen hier so also lieber Klassenkamerad vielen vielen Dank hier an deine Hilfe und an deine Unterstützung äh ich nenne ihn einfach mal Dario Fighter oder wie der auch immer heißt ich glaube da ist Dario Fighter hier auf YouTube und äh dafür vielen Dank dass sich einer meiner Let's Plays anguckt so also auch generell an jetzt so andere Leute ne so hier gucken sich ja mal manchmal auch mal noch Let's Plays so warte mal äh Pickelkloflöte machen wir uns mal nochmal ne Eisenschaufel äh nicht wahr findet ihr das nicht auch dass ich ein bisschen ja ich sag mal so ist ein bisschen übertrieben aber äh einfach so äh hingeschissen wisst ihr was ich meine es sieht ja so ein bisschen hingeschissen aus da ist man manchmal so ein bisschen debris drüber aber macht man sich nix draus kämpft man einfach weiter und ähm ja und äh hier vielen Dank an meinen Klassenkameraden der hat mir auch gesagt also der Dario Fighter wie man den Electric Staff repariert aber der ist ja leider kaputt gegangen die hügelig 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 stadt hügelig 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 ich hab's kaputt gemacht ich habe es kaputt gemacht so jetzt erstmal kurz scheißen hügelig Alter ich frage mich was heute mit mir los ist weg mit dir ich brauche doch keine Sahne mehr so machen wir das mal kurz hier ab und dann äh so gut dann kann ich jetzt auch wieder die Stärke aufnehmen so äh jedenfalls auf jeden Fall ist es halt eine sehr geile Trinologie ich gucke sie jedes Mal gerne immer äh aufs Neue und ähm ja es macht auch irgendwann keinen Spaß mehr diesen Film zu gucken er ist einfach nur noch scheiße ne ich finde ihn zum Kotzen das ist so kacke der Film äh ich gucke den ne weil der der äh der ist schrecklich der ist äh nur schlimm der macht keinen Spaß und äh ne macht den nicht mehr ne äh kommen wir mal jetzt hier äh weil das Spaß war ähm ne aber ich finde es eigentlich generell immer eine tolle Sache hier mit dem ganzen Kram äh von Star Wars einfach eine sehr sehr schöne Story sehr traurig auch manchmal eigentlich öfters und ähm aber ich finde es gehört einfach dazu das gehört zu Star Wars dazu ohne diese manchmalige Traurigkeit ist es kein Star Wars beispielsweise jetzt äh Achtung Spoiler äh Spoiler ähm in der äh letzten Folge bei Star Wars The Clone Wars also in Staffel 5 geht Ahsoka vom Jedi Orden weg ja ist sehr traurig manchmal weil es einfach äh ja ich meine man fragt sich warum Ahsoka ja also wenn Leute die hier nicht kennen ne äh äh Alter die Nase läuft weiß ich bin krank aber ich mach trotzdem ne Aufnahme ne wenn dann jetzt hier so scheiß Kommentare kommen ja der macht doch keine aber ich mach's trotzdem weil's mir Spaß macht und ähm ja ich find das gehört zum Leben dass man manchmal krank wird oder nicht ja Ahsoka äh geht halt leider vom Jedi Orden weg find ich ziemlich schade weil Ahsoka ist eigentlich mit Anakin ja auch einer der Hauptcharaktere worum es in Star Wars The Clone Wars überhaupt geht sozusagen äh wieder verdusen und jetzt wieder einen Schluck trinken mhm müsst ihr mal ausprobieren Leitungswasser ist sehr erfrischend meinst du etwa das Leitungswasser aus der Leitung greifen sie jetzt zu Leitungswasser aus der Leitung nur 3,95 lustig 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 tralalalala okay eins zwei drei vier so äh und es ist einfach schon so ein bisschen so da da denkt man sich so warum ist Soge warum gibt es so mir die Augen fällt warum verlämpfst du denn wieso warum wieso tust du uns das an und dann denkt man sich wieder ja sie hat den Idioten verlassen hier ist die alte Sau alter weg mit der ja sie hat ihn verlassen und dann denkt man wieder warum hast du ihn verlassen den Idioten warum Ahsoka das ganze nicht tut drin das ist wenn ich mir das an wenn mein Motor nicht startet dann mache ich jeden Morgen und zu abwechseln mache ich dann immer damit der dann auch wirklich startet das denn die Zündspule die Zündspule, haha, Entschuldigung der muss jetzt mal sein achso, wir haben ja genügend wir haben ja genügend wir haben ja genügend habt ihr gehört, was ich gesagt habe ja, doch, Herr Hügel, haha nee, 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 es ist, äh schädlich für unsere Umwelt soll ich machen mal folgendes ich halte pietvoll oder sagen wir auf deutsch, äh, friedlich da unten wollte ich jetzt eigentlich Bäume fällen aber bestimmte Bäume keine, äh, ähm ja, weiß ich nicht wie soll man es nennen, keine keine, die wir aussehen müssen äh, äh, äh ja, geil, wir haben ja mal gar keine äh, äh äh, da muss ich jetzt wieder vor drei Söhnen bitte, wir machen das Ganze aus Kabelstein wenn ich überhaupt genügend hab ... meinen Stehenkabel- äh, 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 äh äh, äh Ich kann pusten. Ich kann pusten. Ich kann pusten. Ich kann pusten. Blut, 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 blut. Blut, 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 blut. Ich bin teuflich. Teuflich. Teufel. Das passiert manchmal, wenn man teuflich lacht. Teuflich lachen. Boah, mein Mikro oder ich... Ich hoffe es nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Bam! Es sind zu viele! Es sind zu viele! Zu viele! Zu viele! Zu viele Politiker! Es sind zu viele! Und das ist auch wieder was mit Star Wars, weil... Weißt du, ich habe mir das mal so durch den Kopf gehen lassen. Ich finde, Star Wars erzählt den dritten Weltkrieg. Ne, also es ist jetzt nichts Schlimmes. Alter! Boah, Alter, ey! Beim nächsten Mal mache ich echt keine Aufnahme. Und wir machen wieder Tag. Äh, hat mich mal so, äh... So ein bisschen ge... Also es soll keine Beleidigung sein, ja? Aber wenn man sich das so überlegt... Der Kanzler... Ist auf der bösen Seite. Ja? Nehmen wir dazu jetzt mal... Meldung. Fick dich. Nehmen wir einfach mal dazu Merkel. Ich guck mal kurz, warte, Moment. Hat sich die Öfter-Bilds aufgeteilt. Die hat sich aufgeteilt. Die Aufnahme hat sich aufgeteilt. Nee, hat sie nicht. Oh, cool. So, ich habe noch insgesamt fünf Minuten. So. Alter, nee, das, ich mach beim nächsten Mal, wenn ich wirklich so kurz am Zusammenbruch bin, mach ich echt keine Aufnahme mehr. Weil man hört es an meiner Stimme, ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr. Ich mach, es geht nicht. Ich, vorbei, ist die, äh, mein Leben, mein Leben. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ja, mein Leben hat, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Nee, hat es nicht mehr einen. Ach ja, achso, wir haben ja noch Rüstungen, achso, ja, geil. Warte mal, wo ist denn der andere Rucksack? Der Backpack? Der Backpack? Der andere. Schön in der Nase rumpopeln. Äh, äh, ist der hier? Nee, den meinte ich nicht. Dazu müssen wir mal kurz nach oben, da fliegt wir jetzt mal kurz hoch. Der Backpack ist auch nicht einmal hier drin. Nee, wir haben kein Kabel. Wir haben kein Kabel zusammen mehr. Wir müssen Kabel zusammen. zusammen. Yeah. So, also, insgesamt noch fünf Minuten. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Echt, mein ganzer Schleim, meine Nase sammelt sich hier an. Einfach geil. Einfach geil. Nee, also, äh, ich glaub beim nächsten Mal, wenn ich wirklich so richtig bam erkältet bin und ich merke, dass ich wirklich Husten hab und so mach ich, glaub ich, gar keine Aufnahme mehr, ey. So, dann wollen wir mal eins, zwei, drei, die Spiegelei. So, wie viel Kabel, äh, wir machen noch ein bisschen. So. So, also, jetzt, ab jetzt laufen die fünf Minuten. Aber jetzt haben wir noch fünf Minuten. Diese Zeit müssen wir unbedingt nutzen. So, falls ihr, äh, euch wundert, was ich überhaupt machen möchte hier, äh, an meinem Haus, ich möchte folgendes machen, okay, das reicht, ich möchte folgendes machen, ähm, das geht nicht mehr. Aua. Okay. ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr blocken, ich kann nicht mehr blocken, ich kann nicht mehr blocken. Boah, das sieht aber geil aus. Oh, hallo. So, ähm, 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 ich will, äh, da oben hier so einen kleinen Tunnel hinbauen. Das ist die Verbindung hier, die werde ich dann hier so freilassen. Dann machen wir die, äh, ich weiß gar nicht aus welchem Material wir die machen. Äh, warum habe ich das jetzt abgebaut? Dann wird das ungefähr so ein Zweiertunnel. So. Dann ist das hier im Prinzip mein Keller. Oh, oh, oh. Ab jetzt sind es nur noch vier Minuten. Die Zeit wird immer knapper. So, so, oh. So. Und, ähm, äh, ja. Ab jetzt drei Minuten, Leute. The Countdown ist, äh, lauf hin. Ich bin gut in Englisch. Hehehe. So, die alte Potzer, ja. So. Also fünf Minuten haben wir noch. Äh, ne, Quatsch, Entschuldigung. Drei Minuten. So, bei welchem Thema waren wir eigentlich bei Star Wars, ne? Ahaha. Mann. Und wieder Tag machen. So, eins, zwei, drei. So, immer noch drei Minuten. Drei Minuten vor fünf. Ahaha. Und jetzt fliegen wir wieder nach oben. Und fangen hier schon mal an, den kleinen Tunnel zu bauen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aus welchem Material wir ihn bauen. Ähm, ähm. Kabel, oder Holz? Machen wir die Nusskabel, oder? Ohne Nusskabel, oder? Ohne Nusskabel machen? Okay. Ja, oder mehr so eine Treppe? Äh, ja, geil. Ja. Wie bekommen wir denn jetzt die Treppe hin, lieber Dieter? Äh, du, das kann ich dir leider nicht sagen. Ja, genau. So, Longshot, jawohl. Na, na, nein. Spiderman, Spiderman, da, 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 da. So. Nee, warte. Ja, klar. Okay. Ja, geht doch. Ja, kannst du mir noch ein bisschen... Platz lassen? Ja, geil. Danke. Selbe. Wuhu. Äh, scheiße. Mann, oh. Mann, oh. So. Okay, gut. Also, wir haben jetzt nur noch eine Minute, beziehungsweise ich höre jetzt schon auf mit der Aufnahme. Und, äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal bei... Let's play Minecraft! Hexet! Tschüss! Gott sei Dank, ey, scheiß Aufnahme hier, ey, Alter, ich kann nicht mehr scheiß husten hier, ey. Drecks, scheiße hier. So. So Mist hier, ey. Scheiße. So, ich kann noch mehr hier auf die Scheiße. So. Oh, dann kann ich jetzt endlich aufhören, bitte. Na, die wären ich. Oh, oh, oh. An Weibh oder? Oh, tui, tui! Huieh! Hihi!